So, jetzt sind wir hier auf der Dachterrasse vom berühmten Hilton Hotel und ich stehe hier mit den Eurovision Damen, Sandra und Katharina. Und wir werden jetzt hier ein bisschen was hinterwiefen, hinter aufnehmen und dann gehen wir auch wieder runter, weil man muss jetzt mal gucken, wenn wir mal hier rüber gehen. Es ist sehr hoch. Wer Höhenangst hat, dann sollte dieses Video nicht gucken. Okay, man kann nicht viel sehen. Vorsicht. Das allerkrasseste ist, da hinten ist die Crystal Hall, in der du dann... Genau, das ist die auch so. ...haben wirst. Das allerkrasseste ist, da hinten ist die Crystal Hall. Das allerkrasseste ist, da hinten ist die Crystal Hall. Das allerkrasseste ist, da hinten ist die Crystal Hall. Das allerkrasseste ist, da hinten ist die Crystal Hall. Untertitelung des ZDF, 2020 Thank you.